Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, mit dem Knotosaurus. Weiter geht's. Auf der Suche nach Wasser und Liebe und Frauen. Wir werden Wasser keine Liebe finden. Doch, wir finden überall Liebe. Du bist ja mein Weibchen. Ich bin ja hier der bunt geschmückte Mann hier in der Gruppe. Wir müssen einfach nur Wasser finden. Wenn du lange genug läufst, findest du auch Wasser. Ich hatte auch mal, irgendwo durch Zufall hatte ich auch mal so ein Wasserloch gefunden. Einfach so mitten im Wald. So eine kleine, so eine richtig kleine Pfütze. Das war doch auch so Lebensrettung. Aber wir müssen ja evoluieren und wir, glaube ich, brauchen auch nicht mehr viel. Ich muss mal gucken. 22 Punkte. Also sollten wir jetzt in dieser Folge auf jeden Fall noch die... Boah, das schaffen wir doch, bevor wir für Durst jetzt ja noch. Ja, auf jeden Fall. Locker, easy. Ganz easy schauen wir das. Wir brauchen eigentlich kein Wasser. Naja, wir können uns jetzt hinsetzen und warten. Aber ist immer scheiße für... Ich hänge an so einem Ast fest. Ah, die Aussicht. Guck dir an, wie groß diese Scheiß gerade ist, ne? Boah. Schön. Das ist schön. So. Wo könnten wir jetzt hier sein? Egal, wir machen einfach mal so ein bisschen... Sightseeing hier. Wander-Simulator. Gucken. Looking for action. Not for freedom. Looking for action. Das ist geil. Ja, ich bin looking for action. Das warst du das eben? Ja. Was schreist du hier rum? Ich bin heiser. So hören wir uns morgen an. Wahrscheinlich, ja. Schlimmer. Ja. Also quasi für euch... Ne, für euch. Das ist ja schon Folge 2. Oh Gott, das liegt ja schon ein paar Tage zurück. Wahrscheinlich karte ich jetzt gerade noch aus. Geil. Ich spreche aus der Vergangenheit zu euch. Ui. Oh Mann. Ja, wir wollen nämlich dezent meinen Geburtstag ein bisschen nachfeiern. Aber ganz dezent, so wie alte Männer das machen. Ja. Ey. Fress mir nicht meinen Baum weg. Ah, die Bäume, die haben sogar Abwechslung, ne? Das sind verschiedene, ne? Ist nicht mehr der gleiche Baum. Das ist mal Moos dran, mal mehr Moos dran. Hier wieder Moos dran, okay. Aber sie haben unterschiedliche Dicken, so. Aber sie haben Moos dran. Ja, Moos ist wichtig. Ohne Moos nix los. Wir sollten nicht so viel rumschreien hier. Hast du gerade geschrien? Ja. Das ist wie ein Dazine. Hast du gerade geschossen? Ja. Ich habe einen Schuss gehört. Das Gute ist, die dicksten Viecher, die hörst du schon immer aus der Ferne, wenn die stampfen. Da kannst du dann immer schon sicher sein, ich muss weg. Raptoren. Raptoren ist doof. Wenn die uns jagen, sind wir tot. Wir haben keine Chance. Wir haben keine Chance zu fliehen. Wir können nichts machen. Wir können nur versuchen, in irgendeinen Busch reinzurennen. Und uns dann, also dann hoffen, dass sie uns nicht finden. Weil du kannst dem nichts entgegensetzen. Und das hatte ich auch im Streaming erst dann schon gesagt. Oder in den letzten Folgen auch schon gesagt. Und ich hoffe, dass sie dem Kleinen hier irgendwann mal eine Attacke geben. Dass er wenigstens zwicken kann. Weil er kann ja nichts. Er ist süß. Er kann laufen und Bäume essen. Ich bin süß. Er ist mich nicht. Ich heiße Marvin. Wir haben es ja fast geschafft noch. Fünf Punkte. Ich bin ein Dröger. Fünf Punkte noch? Fünf. Das ist der Verdurst mir nicht mal. Mal gucken, wo wir dann spawnen. Ich bin gespannt. Das ist interessant hier. Der Wald. Der Wald. Das hatte ich jetzt auch gerade im Kopf. Das kann ja sein. Der hab ich. Ich wollte gerade ansitzen. Schrie. Hurz. Also für die, die es von euch nicht kennen. Ich bin nicht bescheuert. Nein, das gibt es wirklich. Ich habe auch keine Gehirnblutung gerade. Einfach mal Harpe Kärkeling mit Hurz suchen. Ihr schmeißt euch weg, Leute. Aber es ist eigentlich ein Klassiker. Er müsstet ihr auch kennen. Ja. Ja. Ja, es ist schwierig. Aber wie gesagt, googelt das einfach mal. Ich sehe nichts. Du musst einfach nur meinem Namen folgen. Ja, wer weiß, ob hier irgendwo eine Klippe ist. Und ich nehme mir den Fuß gleich. Dann will ich aber, dass du im Flug noch süß schreist. Ich versuch's. Und zwar diesen hier. Nee, warte. Den. Wo ist denn der? Wo bist du? Warte, im Busch. Ich habe die Taste gerade nicht gefunden. Welche ist denn das? Äh, eins. Ach, die eins. Ah, genau. Oh, man verliert eigentlich aber schnell aus den Augen. Aber du siehst so meinen Namen, ne? Ja. Aber so würde ich den nicht mehr sehen, den bestehen. Aber finde ich gut, wenn du gejagt wirst, kannst du hier schnell fliehen. Ja. Wenn du einmal so ein bisschen hier hacken schlägst, dann wird der Große dich nicht mehr finden. Ich glaube, die Haupttoren haben, die können dir gut folgen. Aber so ein Rex hat, glaube ich, schon Probleme, dich dann wieder zu finden. Wenn du in die... In die Wald ist das echt gut gemacht. Ja. Finde ich auch. Schön dicht alles. Das ist echt sehr gut. Aber man muss schon Chancen haben, sich im Unterholz zu verstecken, ne? Also das ist... Noch drei. Noch drei Punkte. Three Points remaining. Da ist Schieder. Yeah. Wir kündigen uns schon an hier, glaube ich. Jetzt so kurz vor Ende ist dann hier... Also mit 29,5 Punkten... Zapfenstreich. Welche Richtung wollen wir gehen eigentlich? Wollen wir die Raptoren-Richtung gehen? Oder die Rex-Richtung? Musst du dich jetzt entscheiden. Das wird sonst... ...schwer. Also ich glaube, ich gehe in die Raptoren-Richtung wieder. Ja. Was sagen wir? 28, wunderbar. Noch zwei Punkte. Was war das? Was? Hast du dir Bein gebrochen? Nee. Hat's eben so angehört. Ich bin eben gelaufen und dann hat's irgendwie so... Von mir ist alles gut. Oh, was habe ich noch? Zwei. Hm, jetzt wird's kritisch langsam. Aber sollten wir auf jeden Fall noch schaffen. Weil, wie gesagt, gestern habe ich's auch im letzten Stream. Nicht gestern. Irgendwann. Wie gesagt, ich befinde mich immer noch in der gleichen Aufnahmesession. Ähm. Da war das auch so. Da war Wasser schon auf null. Und ich habe trotzdem noch Punkte gekriegt. Weil Wasser ist bei mir auch gleich weg. Alter, ist die nächste Schlucht. Ein Punkt. Oh Gott. Da hängt ein Stück Erde im Wimmel. Wo? Links. Hä? Bei dir nicht? Ist dir nix? Ein freischwibender Berg. Echt? Ja. Ein wirklich großes Stück Berg ist da. Ist dir nix? Ich sehe nur, ich dort. So ein kleiner Grafikfehler, würde ich sagen. Ja. So, 29. Jetzt geht's gleich los. Küss mich. Oh Gott, ist das süß. Über Kreuz. Können wir mit unseren Hälsen ein Herz bilden. Hashtag Dino, liebe Leute. Will ich in den Kommentaren lesen. So. 29. Wir können jetzt schon mal auf, geh schon mal auf Dings. Auf Escape. Weil du musst noch warten, bis Progression auswählbar ist. Und zwar in 30 Sekunden. Jetzt können wir auswählen. Musst aber noch warten, bis er runter zählt. Hätten wir schon vorher machen können. Kannst du eigentlich schon bei 29, kannst du schon anfangen, dann auf Escape zu gehen. So, und dann nehmen wir den Ausdruck Raptor quasi. Der ist auf jeden Fall schön schnell. Und zusammen als Raptor Pack können wir ganz gut jagen. Weil ich wollte danach dann den Juta spielen und dann in Richtung Allo oder so gehen. Mal gucken. Doch, mir ist irgendwas passiert. Ich sehe meine Blutspritzer drumherum. Aber ich habe mir nichts gebrochen, aber ich bin irgendwo runtergefallen. Ist das im Endeffekt. Ist gleich vorbei. Ja. Pongression. Zack. So, Austro-Raptor. Unlock. Zack. Ich bin da. Wo bin ich jetzt? Minus 337 und 188. Geil. Ich bin minus 390 und minus 39. Minus 390? Ja. Das ist schon mal gut. Dann sind wir da schon mal auf eine Höhe. Hast du plus 180 oder gut? Ähm. Nee, warte mal. Hier, da hinten jemand laufen. Bist du dort? Nee. Zweite Zahl ist bei mir 3, 4, 5, 6, 7, 7. 8. Was ist die zweite Zahl bei dir? Minus 40. Minus 40? Ja. Dann muss ich in die andere Richtung. Ich bin am Salzsee. Ja, ich auch. Genau an der Küste. Ja. Ich spring mal. So, ich bin jetzt... Ja, da bist du. Geil! Wir sind sogar noch in einer Gruppe. Mega, Alter. Hier ist noch jemand. Was ist das, Weiner? Eine Ahnung. Ich hab mir von Weitem gesehen. Auch ein kleiner noch. Wenn das ein Drüro ist, müssen wir den auf jeden Fall jagen. Weil wir brauchen Nahrung. Wie viele Punkte brauchen wir jetzt eigentlich? Jetzt brauchen wir 60. Ja, schaffen wir jetzt nicht mehr. Da bist du auf jeden Fall. Wo ist der? Wo ist der hin? Ja, irgendwo da hinten in den Wald rein. Den du da hinten siehst. Okay, dann rennen wir in die Richtung. Den müssen wir uns kaufen jetzt. Denn du siehst, wir haben nur noch wenig Nahrung. Oder Nahrung geht ziemlich schnell. Nee, Quatsch. Die geht gar nicht so schnell runter. Wasser geht bei denen, glaube ich, schneller runter. Das finde ich ganz geil, jetzt hier so durchs Gras zu huschen. Also renn du mal vor, in welche Richtung er gegangen ist. Okay. Es geht weiter. Also ich sag mal, die erste Stufe schafft man eigentlich relativ zügig. Außer im Stream. Da kriegst du irgendwie nie hin. Das ist eigentlich ganz gut, ne? Ja. Auch das mit dem Finden, finde ich, ist okay. Es kann aber sein, dass man, wenn man in der Gruppe ist, dass man ziemlich dicht beieinander spawnt. Vielleicht ist das wirklich so. Kann sein, ja. Der Umfuß ja hier in diesen Wald ist rein. Ne, werden wir hier nie finden. Ich glaube auch. Wenn der uns jetzt schon gesehen hat, dann würde er sich auf jeden Fall verstecken hier. Wenn das ein Drio war, dann wäre es jetzt ein Raptor, würde er sich, glaube ich, anschließen. Aber ich denke, das war ein Drio. Und Drio brauchen nicht viel. Dann sind die down. Ich glaube, zwei, drei Bisse, dann humpelt er schon und dann kannst du ihn kaputt machen. Weil wir müssen jetzt aktiv jagen gehen, ne? Das ist dir bewusst. Und eigentlich können wir nur auf Drios gehen. Scheiße. Wir müssen einen auf freien Feld erwischen. Am besten hier so auf dem Salzsee oder so. Dann hat er gleich verschissen. Vielleicht sehen wir ihn ja durch Zufall hier irgendwo. Das Wasser. Okay, wir haben schon mal Wasser gefunden. Sehr gut. Wasser heißt, Pflanzenfresser sind auch in der Nähe. Wir sind eigentlich sehr schnell. Wir können gut fliehen. Der schnellste ist Galimimus. Aber wir haben auch, wie gesagt, wenn uns irgendwas jagt, dann lieber schnell abhauen. Wir sind nicht gerade langsam. Ach, das ist das Wasser, ja? Ja. Das Zeug sauche ich nicht. Okay. Okay, das ist was Größeres. Ja, nein. Oh Gott. Aber Wasser brauchen wir nicht. Der verschwindet. Ja. Das kam aus der Richtung da vorne, ne? Mhm. Wir sollten uns hier in der Nähe aufhalten und warten, bis wir hier Pflanzenfresser finden. Die wir erbeuten können. Mit Rechtsklick kannst du dich an die Gegner ranhängen. Wenn du die anspringst, Rechtsklick drückst, dann kannst du dich ranhängen und dann kannst du die... Ach, springen und Rechtsklick, ja? Ja, also richtig ran. Dann kannst du dich an größere Tiere ranhängen und kannst die dann die ganze Zeit anhacken. Aber das funktioniert manchmal auch nicht, also... Dann kannst du die quasi dann beißen die ganze Zeit. Und irgendwann schütteln sie dich dann halt ab. Was war das jetzt für eine? Ja, es war auf jeden Fall... Ich weiß es nicht. War ein Pflanzenfresser, glaube ich. Auf jeden Fall was Größeres ist, als was wir sind. Meinst du? Ja. Ich meine, alles... Alles Größere hören wir ja quasi. Dieses... Das ist ja das Schöne. Ich hatte in der vorletzten Folge, oder irgendwann ein paar Folgen zurück, hatte ich auch, wie gesagt, wo ich noch als Raptor aktiv gespielt habe, war ja auch ein Chantungo, glaube ich, und ein Drüo. Der hat den beschützt. Und ich habe den kleinen Drüo dann irgendwann selektiert bekommen, habe den getötet, wollte den fressen und dann hat mich der andere verjagt. Und dann habe ich die Leiche nie wieder gefunden im Wald. Das war dann auch so... Der wird hier irgendwo hier vorne im Wald wieder drin hängen. Müssen wir echt richtig aufmerksam sein hier. Aber wo könnte der sein? Er wird sich in der Nähe vom Wasser aufhalten, glaube ich. Oder er beobachtet uns schon. Er weiß ja, dass die da sind, denke ich. Da hinten ist auch noch ein See, guck mal. Das ist ein Zwei, das ist ein Doppelsee. Gehen wir mal ein bisschen in die Richtung. Und versuchen das Ganze mal so... Zwei Seen. Doppelsee. Die Kraft der zwei Seen, ja. Bum, bum. Doppelsee. Nur echt mit grünem Wasser. Ja, unter normalen Umständen würde ich daraus nicht trinken. Ach, du bist ein Dino, du hast einen anderen Magen. Oh Gott, pass auf, dass du hier nicht das Bein brichst. Oh Gott, ist das hier ein Gebüsch. So, hier sehe ich auch keinen. Das kann böse enden, wenn man so etwas trinkt. Da ist was, da ist was. Guck mal, da ist ein Raptor. Da ist auf jeden Fall ein Raptor. Der ist alleine unterwegs. Hm. Neigen wir zu Kannibalismus? Ja. Ich weiß noch nicht. Er ist aber ziemlich schnell, ziemlich weit unterwegs. Jetzt muss man halt immer sehen, dass man nichts riskiert. Weil noch habe ich genug Nahrung. Noch sieht es gut aus. Eigentlich müssten wir ein größeres Raptorenrudel bilden. Das wäre immer schwierig, ne? Ich glaube, das waren sogar die Seen hier aus dem Stream, wo Dick-Action war. Ich meine, jetzt ist der Überraschungsmoment vorbei. Jetzt sieht er uns eh. Ich weiß nicht, ob er uns jetzt überhaupt sieht. Steht noch doof rum, ne? Ich meine, wenn wir hier... Ja, schlussend ist blöd, dass noch ein weiterer, der satt werden will. Stimmt. Ja, aber Raptoren jagen ja normalerweise immer im Rudel. Aber hast recht. Noch ein weiterer, den man füttern muss, ja. Hm. Lass uns mal hier ein bisschen am See noch weitergucken. Ach, Beute. Na, er kommt. Hm, 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 hm. Ich bin hin und her gerissen. Wir können uns offen zeigen jetzt, das ist nicht schlimm. Ja, auch, wie es aussieht. Er bleibt auch erstmal stehen. Er hat uns jetzt auf jeden Fall schon gesehen, ja. Ja. Ich meine, äh, ne... Zusammenschluss würde ich nur empfehlen, wenn wir ein größeres Beutetier, äh, ne, erjagen wollen. Ja. Das wäre dann nicht schlecht, wenn man sich zusammenschließt. Aber er beobachtet auch erstmal. Ich habe überhaupt was erbeutet. Richtig. Er steht noch da, er steht noch da. Was, hast du Nahrung? Ich habe noch, ja, ich habe 22 von 50. Ja, habe ich auch. Er kommt. Das war, glaube ich, der Hilfeschrei, oder? Der Schrei ist mich, ist mich. Naja, er kann einen Augenblick mitlaufen, wenn es zu knapp wird, fressen wir ihn. Weil uns zwei kriegt er auf jeden Fall nicht platt. Wahrscheinlich schon. Er schreibt wieder so nach Thumbnail hier. Schön im Salzsee. Geil. Das ist auch diese hübschen Skin, ne? Ich finde das ganz geil. Muss mal ranzoomen, sieht echt hübsch aus. Von den Details. Details. Das ist schon okay, ne? Ja, das ist auf jeden Fall. Die Dinomodels finde ich immer noch richtig hübsch. So, wollen wir das Ganze mal ein bisschen aus der Ferne beobachten hier. Steht er da doof rum? Hm. Ich traue ihm nicht. Ich traue hier niemanden. Nicht mal dir. Ich bin echt, ich bin nicht so ein Assi. Aber wie gesagt, wir müssen auch leben. Ja, das ist, das ist so immer die Frage, die man sich dann stellt, ne? Wir sind Raubtiere. Der Sicherheitsabstand, den er hat, der ist groß genug, damit wir ihn nicht kriegen. Ja, stimmt. Wenn wir jetzt drauf zurennen, haut er ab. Ja. Das ist richtig. Na gut, wir könnten das Ganze jetzt taktieren, aber das wäre natürlich fies. Aber was heißt fies? Wir müssen überleben. Und ich glaube auch, dass Kannibalismus eine große Sache war, wenn die Tiere auch haben, ne? Ich meine, die Raubtiere so, ich glaube, Löwen fressen die sich nicht auch gegenseitig? Ne, wenn Hungersmöte sind, frisst die Mutter ihre Jungen, glaube ich sogar, ne? Na ja. Meine Nahrung wird nicht, wird nicht mehr, ne? Ne. Aber wenn er in den Wald, sobald er in den Wald rennt, ist es vorbei. Das ist halt das Problem. Ist auch nichts los hier auf der Erde. Jetzt haut er ab. Ja, ich denke mal, er hat unser Vorhaben schon gewittert. Im Wald kriegen wir ihn auf gar keinen Fall. Dann lass uns noch ein Stück hochrennen. Ja, das war jetzt zu zögerlich, ich weiß. Aber so Artgenossen angreifen ist immer so. Ach, ich muss, ich muss, ja, wir müssen härter werden, glaube ich. Wir müssen, dürfen da nicht drüber nachdenken. Ist einfach Beute und dann ist gut. Wir müssen fressen. Bei die Sieg knallt auch alles über den Haufen auf, dass Artgenossen sind. Außer die Zombies. Ich lass sie in Ruhe, weißt. Ja. Den gehst du aus dem Weg. Nieders Leben. Aber so ist das harte Leben hier. Na, jetzt sind wir hier. Wo sind wir denn jetzt hier? Genau, und das ist nachher alles schön mit Wasser gefüllt. Verfolgt der uns jetzt eigentlich? Brichst du gleich das Bein? Gummibären. Hier und da und überall. So, ich glaube, wir müssen hier weiter hochrennen. Da ist ja noch... Das ist ja immer eine ganze Stamina. Das ist Stamina weggehobst. Oh nein. Idiot. Ach, setz dich hin, schnell. Rat dich wieder auf. Ah, ah. Hat gerade so einen Spaß beim Hoppsen, ne? Ich beobachte hier das Feld ein bisschen. Nicht, dass er uns jetzt irgendwie die ganze Zeit verfolgt oder so. Man weiß ja nicht. Ja, und ob er uns verfolgt oder nicht, das sehen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Wenn euch das nicht gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Bis dahin, das war euer Martin und der Knotosaurus. Tschüss. 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 Vielen Dank.